Überall das möchte ich sprechen. Bei mir im Studio die FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und sie ist die Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie Zeit haben. Das Thema nach wie vor schwierig, unerfreulich. Seit Tagen fordern die Ukrainer zum Beispiel ja von der NATO eine eingerichtete Flugverbotszone. Das ist alles nachvollziehbar. Trotzdem, die NATO, warum kann sie derzeit nicht darauf eingehen? Gibt es vielleicht auch Gründe, die eigentlich doch dafür sprechen? Also, dass der Wunsch da ist, das wissen wir. Und das ist auch nachvollziehbar. Aber eine Flugverbotszone einzurichten, heißt, diese auch zu verteidigen, wenn dort jemand reinfliegt. Und wenn das die NATO machen würde, wäre sie Teil des Krieges. Und deswegen kann sie das momentan so nicht machen, wie das gewünscht ist. Dazu kommt auch noch die Forderung nach einem schnellen Beitritt einerseits in die EU, aber eben auch in die NATO. Wäre das überhaupt klug in der jetzigen Situation, wo man ja leider davon ausgehen muss, dass irgendwann Russland in Kiew an der Macht sitzt, dann hätte man die möglicherweise in der EU. Also, in der Situation momentan sind Beitrittsüberlegungen natürlich nachvollziehbar auch, aber nicht durchsetzbar. Die NATO sowieso nicht. Da gibt es ja auch eine klare Ansage dahingehend. Also, die Ukraine hat schon 2008 den Wunsch geäußert. Das ist aber immer mit Bedingungen erfüllt, die man seinerzeit, hat man es eben gelassen, um gar keine Konfrontation zu suchen. Und das Thema EU, auch das kann ich immer nur raten, auch in dieser nachvollziehbar emotionalen Lage Ruhe zu bewahren. Schneller Eintritt jetzt in irgendeine Gruppe ist mit Sicherheit nicht die Antwort. Jetzt herrscht Krieg und jetzt muss der Westen. Denen helfen vor allen Dingen den anderthalb Millionen Menschen, die schon auf der Flucht sind und wahrscheinlich den Millionen, die noch hinterherkommen. Bei aller Ruhe verändert sich doch die Weltlage ganz dramatisch. Das merken wir auch hier in Deutschland. Was bedeutet denn der Ukraine-Krieg für unsere Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland? Da hat Kanzler Scholz ja eigentlich mal eben 70 Jahre Grundsätze deutscher Außen- und Sicherheitspolitik einfach über Bord geworfen mit einer breiten Zustimmung. Er hat es nicht über Bord geworfen, sondern er hat respektiert und auch erkannt, dass dieser Krieg, der erste dieser Art, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 77 Jahre her, dass jemand versucht, in dem Fall Wladimir Putin, Grenzen zu verschieben. Das ist einzigartig und wir haben natürlich gerade als Deutsche, haben wir uns in der Naivität gesonnt, dass so etwas nie passiert. Nun passiert es mit großer Brutalität, mit großer Wucht. Wladimir Putin hält ja auch nicht mal Regeln ein, die es auch im Kriege gibt, nämlich nicht auf Zivilisten zu schießen, sondern eben nur auf militärische Einrichtungen. Auch da ist er verbrecherisch unterwegs. Und insofern war es richtig vom Bundeskanzler, eine klare Ansage dahingehend zu machen, dass wir nicht nur wehrhaft, sondern auch wehrbereit sein müssen. Und Christian Lindner als Finanzminister hat das auch entsprechend unterfüttert mit den Mitteln. Es ist ein richtiger, es ist ein wichtiges Zeichen, auch in die NATO hinein. Denn die NATO ist auch für uns da. Und so sind wir auch Teil der NATO. Aber wie wehrhaft sind wir denn überhaupt? Sie selbst haben ja auch den Zustand der Bundeswehr durchaus zu Recht beklagt. Der ist nicht erst jetzt sichtbar geworden. Von 100 Milliarden Euro ist die Rede. Was braucht denn die Truppe am dringendsten? Das heißt ja gar nicht, dass wir dann wirklich stark aufgerüstet werden bei den Versäumnissen, weil die Einsicht auch in den letzten Jahren so nicht da war, oder? Oder in die Notwendigkeit. Ja, also aufgerüstet werden wir sowieso nicht. Sondern es geht darum, bestimmte Dinge endlich anzuschaffen, zu beschaffen, schnell zu beschaffen. Und in der Tat, meine Kollegen und ich haben das seit Jahren gefordert. Es ist tragisch, dass ein solcher Krieg ausbrechen muss, damit eben auch die öffentliche Meinung versteht, dass man eben immer wehrfähig sein muss. Wir brauchen also eine Bundeswehr, die gemeinsam, immer gemeinsam mit den europäischen Nachbarn, mit der NATO eben auch leisten kann, dieses Land diesen Kontinent zu schützen. Und Sie sehen ja, es reicht ein Verbrecher, der eben versucht, auch mit Flächenbränden Europa anzugreifen. Müssten dazu dann auch weitere heilige Kühe geschlachtet werden? Was zum Beispiel ist mit der Wehrpflicht? Die ist offiziell nur ausgesetzt, aber faktisch gibt es sie derzeit nicht mehr. Sollte die wieder eingeführt werden? Vielleicht mit einer Wahlmöglichkeit für den sozialen Dienst? Aber brauchen wir sie eigentlich wieder, um wehrhaft, wie Sie sagen, zu werden? Wenn wir eine gut ausgerüstete, ausgestattete Bundeswehr haben, dann werden wir attraktiv sein. Einsatzbereitschaft ist Attraktivität. Wir werden viele junge Menschen finden, die bereit sind, diesen ja nicht ganz gewöhnlichen Beruf zu ergreifen. Ich halte in dieser Situation diese Diskussion für überflüssig. Die Wehrpflicht, wie Sie sagen, ist ausgesetzt. Und sie wieder einzusetzen im Kontext dieses Krieges ist nicht finanzierbar, würde Jahrzehnte dauern. Und das sind die Methoden, die wir hatten vor 30 Jahren. Und wir sind mit einer Situation konfrontiert, die ist neu. Und wir sollten eine Antwort finden im Jahre 2022 und keine Antwort aus der alten Zeit. Vielleicht ergeben sich auch neue Fragen aus neuen Aufträgen für die Bundeswehr. Wer stehen wir vor einem Auftrag, der über die Landes- und Bündnisverteidigung, das ist bis jetzt der Auftrag der Bundeswehr, schon sehr bald hinausgehen könnte oder auch neu definiert wird? Naja, der Auftrag der Bundeswehr war klar, bis 2014, nämlich im Bündnis auch in anderen Ländern aktiv zu sein, um den Terrorismus zu bekämpfen. Auch das hat ja Folgen für uns, wenn der Terrorismus nach Europa kommt. Mit der Annexion der Krim hat das Weißbuch, also das Buch, was für die Bundeswehr von Relevanz ist, aufgeführt, Landesbündnisverteidigung. Das ist acht Jahre her. Wir haben in der Ostukraine seit acht Jahren einen Krieg. Wir haben dort inzwischen 14.000 Menschen, die das ihr Leben verloren haben. Und die Welt hat zugeschaut und nichts gemacht. Jetzt kommt der Krieg auf die Ukraine in Gänze zu. Viele sind überrascht. Ich muss Ihnen gestehen, ich bin es leider nicht, weil die Brutalität und das, was Putin seit Jahren ankündigt, setzt er jetzt um. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass wir jetzt auch endlich reagieren. Also Landes-, Bündnisverteidigung, aber eben auch international müssen wir aktiv sein, weil es auch in unserem Interesse ist, dass wir hier weiter in Frieden und Freiheit leben können. Ganz kurz, dann müssten wir langfristig vielleicht sogar über eine eigene europäische Nuklearabschreckung nachdenken, unabhängig von den USA. Denn man weiß nicht, wer dort der nächste Präsident sein könnte. Momentan ist es Joe Biden. Das hilft uns wahrscheinlich. Also wir sind Teilhaber der nuklearen Streitkräfte. Wir haben die nukleare Teilhabe, das haben wir auch im Ampelvertrag niedergeschrieben. Wir sind an der Seite der Amerikaner. Und das wäre schon genug in der Hoffnung, dass wir nie solche Waffen zum Einsatz bringen müssen. Sagt Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ganz herzlichen Dank, dass Sie am Sonntag zu uns ins Studio gekommen sind. Danke Ihnen. Danke für Ihre Einschätzung. Danke für Ihre Einschätzung.